Also, Barbara, das war die letzte Hexerei für heute. Wie du willst, Bernhard. Versprochen? Wenn dir so viel daran liegt. Versprochen. Danke, mein Schatz. Nichts geht über solide Handwerksarbeit. Glaub es mir. Zuerst müssen die Dachlatten an die Decke. Hallo! Zu Hause ist mir so langweilig. Da dachte ich, besuch dein Töchterchen, Bernhard und Bibi. Freut ihr euch? Also... Ähm, ja, schon. Oh, entschuldigt. Ich weiß ja, ihr mögt das nicht. Ene Miene, Appentanz, Fensterscheibe wieder ganz. Hex, hex! Danke, Schwiegermama. Keine Ursache. Was habt ihr denn vor? Das wird eine Holzdecke. Für unsere Küche. Wir wollen sie... Na, sowas. Wie öde in Naturbraun. Na, kein Problem. Ich helfe euch. Ene Miene dunkle Ecke. Das Holz hängt sofort an der Decke. Ene Miene keine Not. Holzdecke in hellem Rot. Hex, hex! Na also, was sagt ihr? Tja, Schwiegermama, wir wollten die Holzdecke eigentlich in Handarbeit anbringen. Ach, das ist doch viel zu umständlich. Wir wollten sie auch in Naturholz, so wie wir sie gekauft haben, Mutter. Ach, hast du verstanden, Mutter? Ach, wie schön. Meine Enkelin. Bibi, komm hier herein. Hallo, Oma Grete. Ops, ach, mein Bibi-Schätzchen. Schön, dass du zu Besuch gekommen bist. Guten Tag. Guten Tag. Oh, sieht die cool aus. Finde ich auch. Junge Menschen mit gutem Geschmack. Es ist gut, Mutter. Ich hab ziemlichen Hunger. Was gibt's denn zum Mittag? Ich habe belegte Brötchen für uns vorbereitet. Brötchen? Ja, wegen der Bauarbeiten in der Küche. Aber es ist doch schon alles fertig. Nein, wir haben noch nicht einmal angefangen. Und? Hast du keinen Appetit? Nein, wir brauchen etwas Richtiges. Ein leckeres Mittagessen. Eine Mehle, alles frisch, leckeres Essen auf den Tisch. Hex, hex. Mh, lecker. Super, Pizza. Ein Steak. Danke, Schwiegermama. Gerne, gerne. Lasst es euch schmecken. Oh nein, jetzt reicht's wirklich, Mutter. Bei uns wird heute nicht mehr gehext. Bernhard will das so. Ja? Barbara hat recht. Ihr hört es. Tut mir leid, Mutter. Bitte hext das Essen wieder zurück. Ah, eine Mehle, Stück für Stück, Essenshexerei zurück. Hex, hex. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020